Willkommen an Bord Elena Maria. Sie ist klein aber fein, genau wie unsere andere Boutique-Schiffe. Sie ist frisch renoviert und mit Sonnenkollektoren ausgestattet. Mein Name ist Michiel und ich bin Ihr Reiseleiter auf der Hansetour. Die niederländischen Hansestädte sind durch Wasser miteinander verbunden und haben durch ihre reiche Kultur und Geschichte eine authentische Atmosphäre und eine ganz eigene Charme. Lassen Sie uns diese besonderen Orte entdecken. Wir genießen es, draußen in der Natur aktiv zu sein. Bei dieser Radtour können Sie zwischen verschiedenen längeren und kürzeren Strecken wählen. Alle sind sehr abwechslungsreich und zusammen mit Ihrem Reiseleiter entdecken Sie die Sehenswürdigkeit entlang der Route. Sie können diese Tour auch auf einem größeren Radkreuzfahrtschiff und mit individuellen Radtouren machen. Über den Niederrhein und die Eise fahren Sie unter anderem nach Deventer und Kampen, zwei Städte, die im Mittelalter ihre Blüsezeit hatten. In dieser abwechslungsreichen Umgebung radeln Sie durch die malerischen Fischerdörfer, wo die Uhren scheinbar viel langsamer gehen. Lernen Sie den östlichen Teil der Niederlande kennen, der über Jahrtausende hinweg von den zahlreichen Flüssen und Wasserläufen geprägt wurde, die hier die Landschaft durchziehen. Vielen Dank, dass Sie uns auf einer weiteren Schiffstour begleitet haben. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und dass wir Sie mit unseren Entdeckungsreisen per Rad und Schiff inspiriert haben.